Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Streit in der Ampelkoalition. Wissing warnt vor Fahrverboten, Grüne und SPD verärgert. SPD und Grüne reagieren verärgert auf Wissings Äußerungen zu Fahrverboten. Die Aussagen von Volker Wissing, der Generalsekretär der FDP bezüglich der Einführung von Fahrverboten in deutschen Städten, haben für Unruhe in den Reihen von SPD und Grünen gesorgt. Die beiden Parteien äußerten sich deutlich verärgert über Wissings Kommentare zur Thematik der Fahrverbote und kritisierten seine Position scharf. Wissing hatte in einem Interview mit der Hainischen Post Quelle 1 die Umsetzung von Fahrverboten in deutschen Städten infrage gestellt und darauf hingewiesen, dass solche Maßnahmen das Leben der Bürger unnötig erschweren würden. Seiner Meinung nach sollten alternative Lösungen gesucht werden. Um die Luftqualität in den Städten zu verbessern, ohne die Mobilität der Menschen einzuschränken. Diese Bemerkungen stießen bei SPD und Grünen auf Unverständnis und Kritik. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, äußerte sich gegenüber dem Spiegel, Quelle 2, enttäuscht über Wissings Haltung zu den Fahrverboten. Er betonte, dass Fahrverbote ein notwendiges Instrument seien, um die Luftqualität in den Städten zu verbessern und die Gesundheit der Bürger zu schützen. Hofreiter warf Wissing vor, das Problem der Luftverschmutzung nicht ernst genug zu nehmen und die Interessen der Autoindustrie über die der Bürger zu stellen. Auch die SPD zeigte sich verärgert über Wissings Aussagen. Sören Bartol, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag, sagte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung Quelle 3, dass Wissings Aussagen unverantwortlich seien. Bartol warf Wissing vor, dass er mit seinen Äußerungen die Bemühungen um eine bessere Luftqualität und den Schutz der Gesundheit der Bürger untergrabe. Er forderte die FDP auf, ihre Haltung zu den Fahrverboten zu überdenken. Die Kontroverse um die Fahrverbote zeigt, dass dieses Thema weiterhin für hitzige Debatten sorgt. Während die einen die Fahrverbote als notwendiges Übel sehen, um die Luftqualität in den Städten zu verbessern und die Gesundheit der Bürger zu schützen, lehnen die anderen sie als Einschränkung der Mobilität und als unzumutbare Belastung für die Bürger ab. Autor Anita Farke, Freitag, 12. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.